Ja, liebe Zuschauer, geht es Ihnen gut? Ich hoffe doch sehr. Machen Sie es sich auch einfach mal gemütlich. Es ist mal wieder Zeit dafür, dass Sie sich einfach mal auch eine Pause gönnen. Eine Erholung, ganz ohne Stress, einfach nur auf dem Sofa gemütlich machen. Nein, Sie sollen jetzt nicht an den Haushalt denken, liebe Zuschauer. Nein, wissen Sie warum? Weil den Haushalt, den könnten Sie doch auch mal machen lassen, damit Sie wieder Zeit für sich haben und die schönen Dinge des Lebens. Sollen wir Ihnen sagen, wie das geht? Machen wir. Kein Problem. Kathi sitzt auch neben mir. Zwei tolle Produkte hat sie uns mitgebracht, die uns den Arbeitsalltag bzw. den Haushaltsstress erleichtern, oder? Ja, und das erste Produkt habe ich hier schon. Und das wird Ihr neuer Lieblingsstaubsauger. Schauen Sie sich den mal an. Das ist so ein richtig perfekter Zweitstaubsauger. Denn jeder von uns hat, glaube ich, schon einen Staubsauger zu Hause, nehme ich mal an. Das ist so ein Riesenmonstrum, mit dem man immer so schwer klarkommt, dass man dann Rückenschmerzen hat. Genau, der hat ein langes Kabel, der ist unglaublich schwer. Den kann man immer ganz schwer durch die Wohnung wuppen und mit dem saugt man auch ganz, ganz ungern. Aber dieses Modell, das ist leicht. Schauen Sie mal, das ist ganz, ganz klein und kompakt. Das ist handlich und das ist kabellos. Damit saugt man gerne. Und hier haben wir das Komplettpaket heute für Sie. Denn das ist ein 2 in 1 Akku-Zyklon-Staubsauger. Und zwar hier als Handstaubsauger, aber auch als Bodenstaubsauger. Denn wir haben heute das Komplettpaket für Sie. Wir haben die Bodensaugdüse für Sie dabei und auch die kleinen Aufsätze, um mal eben so auf der Couch etwas zu sorgen. Gerade wenn man auch mal so auf die Treppe muss, da kann man mit diesem Staubsauger jetzt ganz einfach saugen, da der wirklich sehr handlich ist. Man muss hier nicht auf ein Kabel achten. Man hat ein leichtes Gerät, das super in der Hand liegt. Damit saugt man einfach gerne. Ja, mal Hand aufs Herz, liebe Zuschauer. Wie oft haben Sie doch schon geflucht, dass Sie vielleicht in die 2. Etage mussten oder in irgendwelche verwinkelten Ecken und sind damit nicht richtig hingekommen, weil das Kabel zu kurz war. Oder weil der Staubsauger zu schwer war. Oder weil der Filterbeutel wieder voll war. Oder, oder, oder. Diese Probleme haben Sie ab sofort nicht mehr, wenn Sie hier zuschlagen bei unserem 2in1-Akku-Zyklon-Staubsauger. Und das ist natürlich auch toll, weil jetzt ist ja gerade wieder die Zeit, wo man auch mit dem Auto verreißt. Ja, das Auto will geputzt sein. Nicht nur von außen, natürlich auch von innen. Und ich kann ja aus diesem Bodenstaubsauger auch mal ganz fix einen Handstaubsauger machen, um beispielsweise das Sofa abzusaugen oder das Auto auszusaugen. Ja, da muss man nicht erst an die Tankstelle fahren. Das ist schon eine enorme Zeiterleichterung, oder, Kathi? Ja, momentan ist es ein Handstaubsauger. Das sehen Sie. Also wunderbar im Handbetrieb zu benutzen. Da haben wir die unterschiedlichen Aufsätze dann mit dabei. Und da sehen wir es hier im Autoeinsatz wirklich ganz, ganz toll. Wir haben hier ein vierstufiges Zyklon-Filtersystem verbaut, um da wirklich ganz toll dann auch alle möglichen Schmutzpartikel filtern zu können. Wir haben hier den großen Staub-Auffangbehälter. Das heißt, man nährt es einfach über dem Mülleimer aus. Man muss keine Beutel nachkaufen. Hier das tolle Filtersystem, was wir sehen. Wir haben hier diese Bürsten mit dabei, aber auch den Aufsatz selbstverständlich zum Bodensaugen. Der ist hier im Lieferumfang mit dabei. Tja, alles dabei. Und jetzt können Sie zuschlagen mit der NX5589 und der 569, ein kabelloser Zyklon-Staubsauger. Und nicht nur kabellos, sondern auch beutellos. Der liegt super in der Hand. Der ist nicht schwer. Sie können nirgendwo hängen bleiben mit einem Kabel, die ja sonst immer so nervig rumliegen. Und der Preis ist natürlich auch ein Knaller. 94 Euro, super. Ja, und jetzt haben wir den Boden schön sauber gemacht. Wir haben keine Rückenschmerzen. Wären da nur nicht noch die Fenster. Ja, das ist sehr unbeliebt. Ich weiß, macht keinen Spaß. Ist auch übrigens sehr gefährlich, Fensterputzen. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie ab sofort Fenster putzen lassen. Fenster putzen lassen mit diesem tollen, intelligenten Profi-Fensterputzer-Roboter. Und das ist nicht nur ein Fensterputzer-Roboter, liebe Zuschauer, sondern ein richtiger Putzer-Roboter für Ihre gesamte Wohnung. Vielseitig einsetzbar, auch an Fliesenspiegeln im Badezimmer zum Beispiel. Auch an Duschkabinen kann man diese neueste Technologie, dieses neueste Modell unseres Fensterputz-Roboters jetzt einsetzen. Das macht ihn wirklich universell zu einem Universalputz-Roboter sogar. Das macht ihn hier so besonders. Wir sehen hier so eine unglaubliche Putzleistung an den Scheiben. Also ganz, ganz toll. Alles wird super sauber, dank dieser neuesten Technologie. Wir haben hier einen Drucksensor verbaut, einen Lasersensor verbaut. Hier werden Putzwege errechnet. Die Fenster werden spiegelsauber, blitzeblank geputzt mit toller Mikrofasertechnik. Es sind Mikrofasertücher, die hier im Einsatz sind auf diesem intelligenten Fensterputz-Roboter, die hier ihre Scheiben, und das ist ganz egal, ob das einfach doppelt oder dreifach verglaste Scheiben sind, ihre Scheiben von dem Schmutz befreien. Tja, alles mit dabei, selbst die Reinigungspads, drei blaue und drei gelbe Reinigungspads. Die kann ich später übrigens einfach in die Waschmaschine packen. Die macht man einfach ab, die halten mittels Klettverschluss. Kathi zeigt uns das hier einmal. Und die gelben sind jetzt für etwas gröbere Verschmutzungen, oder? Genau, die gelben sind jetzt hier diese sogenannten Polierpads. Die könnte ich auch zur Feuchtreinigung verwenden. Also die gelben dann hier auch mit ein bisschen Glasreiniger, aber nur ein ganz bisschen hier in die Ecken zum Beispiel verwenden. Dann haben wir im Lieferumfang noch die blauen Mikrofasertücher dabei. Die sind dann auch zur Trockenreinigung. Also wenn Sie mal staubige Fenster haben oder auch Spiegelflächen haben, Sie können den ja auch für Spiegelflächen verwenden oder auch für Kacheln. Dann können Sie auch, wenn das mal staubig ist, die blauen Mikrofasertücher verwenden. Bei stärkeren Verschmutzungen dann die gelben Mikrofasertücher verwenden, mit ein ganz bisschen Reiniger dran. Also ganz vielseitig einsetzbar. Wir sehen es hier nochmal auch an den Kacheln zum Beispiel im Badezimmer, aber auch in der Küche. An Duschkabinen zum Beispiel, selbst rahmenlose Duschkabinen können hier mit diesem tollen intelligenten Fensterputzroboter jetzt gereinigt werden. Das ist Ihr Universalputzroboter für Fenster, für Kacheln zum Beispiel, für Fliesenspiegel, für große Spiegelflächen. Überall können Sie den benutzen. Der ist so vielseitig einsetzbar und man erspart sich das ganze lästige Putzen hier. Das ist eine so tolle Sache mit neuster Technik. Dieser Fensterputzroboter hat dank seiner neuesten Technik auch den Innovationspreis bekommen. Und zwar auf der Erfindermesse in Nürnberg. Das ist ja eine ganz renommierte Messe, weltweit bekannt eigentlich, diese Erfindermesse in Nürnberg. Und da hat der Erfinder von diesem intelligenten Fensterputzroboter die Goldmedaille bekommen. Für diese tolle Technik von diesem Fensterputzroboter. Das ist also eine ganz, ganz tolle Sache. Wirklich hier die neueste Technik, hat viele Auszeichnungen bekommen und auch die Presse überschlägt sich hier wirklich. Ja, das ist wirklich so. Die Zeit hat geschrieben, die Fenster sind nach dem Wischen sauberer als vorher. Das ist bei mir zum Beispiel nicht der Fall. Ich kriege das nie streifenfrei hin. Und ich kann auch im Dunklen putzen. Na klar, haben Sie schon mal bei vollkommener Dunkelheit Fenster geputzt? Geht nicht, ne? Das stimmt. Das kann der aber schon. Und davon mal abgesehen, was der alles kann und wie oft der schon ausgezeichnet worden ist, ist der Preis natürlich auch phänomenal. Denn man muss mal bedenken, in der Zeit, wo der putzt, können Sie sich wieder den schönen Dingen des Lebens widmen. Und das ist wichtig, dass Sie Zeit für sich haben und nicht immer damit beschäftigt sind. Boden putzen, Fenster putzen, Dies putzen, Bad, Küche und, und, und. Ja, also ganz ehrlich, liebe Zuschauer, der nimmt Ihnen so viel Hausarbeit ab. Und Fenster putzen bedarf wirklich immer so viel Arbeit. Ich meine, man hat vielleicht viele, viele Fenster. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel zehn Fenster haben, dann muss man ja trotzdem von innen und von außen putzen. Ja, das heißt nicht nur zehn Fenster. Eigentlich sind es dann letztendlich 20. Sie kennen vielleicht das Problem. Vielleicht haben Sie auch im Wintergarten, ja, oder riesengroße Glasflächen. Sie werden diesen Fensterputzroboter lieben. Und jetzt natürlich auch zuschlagen und anrufen. Denn auch der ist nur noch ganz begrenzt verfügbar. Unsere kleine Haushaltsfehle. Klein ist natürlich auch der Preis. Jetzt ganz schnell bestellen. Mit der Bestellnummer NC3909 und die 569. Sie werden ihn lieben. Sie werden ihn nicht mehr aus der Hand geben wollen. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall versprechen, weil das ist schon wirklich eine Haushaltsfehle. Sie kommen nach Hause und der Haushalt ist einfach mal so geschmissen. Klingt toll, oder? Dann sollten Sie jetzt anrufen. 0180 51 51 und dreimal die zwei. Oder Sie bestellen ganz bequem online. Das können Sie natürlich auch machen. www.pearl.tv Und dann haben Sie jetzt wieder endlich mehr Freizeit. Hm?